Laut der Vereinten Nationen wurde Indien 2023 das bevölkerungsreichste Land der Welt. Können Sie erraten, wo die Vereinigten Staaten von Amerika in dieser Rangliste stehen? Sie sind Nummer drei. Und Amerika ist das viertgrößte Land in Bezug auf die Größe. Es nimmt etwa sechs Prozent der Landmasse der Erde ein. Genug Platz für 335 Millionen Menschen, die dort leben, oder? Sie müssen sich nicht in eine Region quetschen. Naja, nicht ganz. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist ziemlich ungleichmäßig verteilt. Lassen Sie uns eine Linie genau durch die Mitte des Landes ziehen. Sie verläuft von North Dakota im Norden bis Texas im Süden. Nachdem Sie die Volkszählungsdaten eingegeben und etwas gerechnet haben, erscheinen erstaunliche Zahlen. 80 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung leben östlich dieser imaginären Linie. Die übrigen 20 Prozent leben im Westen. Das sind gerade mal einer von fünf Amerikanern. Wir sprechen hier über große Metropolregionen wie Los Angeles, San Diego und San Francisco. Sie glauben mir nicht? Schauen Sie sich einfach eine Satellitenaufnahme der Vereinigten Staaten bei Nacht an. Der rechte Teil, Ostküste, leuchtet ziemlich hell, oder? Aber warum? Warum gibt es ein so großes Ungleichgewicht in der Bevölkerung? Einfach ausgedrückt, Geschichte und Geografie. Die Ostküste ist der Ort, an dem die Vereinigten Staaten 1776 unabhängig wurden. Dies sind die ursprünglichen 13 Kolonien. Schon bald begannen die Siedler nach Westen zu ziehen. Ein wichtiger Meilenstein war der Kauf von Louisiana, 1893. Heute ist diese Region größtenteils das, was wir als mittlerer Westen bezeichnen. Das Gebiet deckt sich gut mit dem Einzugsgebiet des Mississippi. Ja, das bedeutet viel fruchtbaren Boden. Ideal für die Landwirtschaft. Aber bedeutet das automatisch einen Anstieg der Bevölkerung? Die Demografie der USA zeigt, dass die Mehrheit ihrer Bürger entweder an der Ost- oder Westküste lebt. Dies lässt eine große Landfläche in der Mitte des Landes praktisch leer. Man kennt es als Amerikas dünn besiedelten Gürtel. Das Gebiet erstreckt sich von der kanadischen Grenze im Norden bis nach Mexiko im Süden. Die Gesamtfläche dieses Landstreifens beträgt 350.000 Quadratmeilen. Das ist zweimal so groß wie Kalifornien. Ein riesiges Stück Land. Tatsächlich macht dieser schmale Streifen 12 Prozent der zusammenhängenden USA aus. Das sind die USA ohne Alaska und Hawaii. Der Gürtel verläuft von Nord nach Süd durch sieben Staaten. Aber seine Bevölkerung macht nur ein Prozent der Gesamtzahl der in den USA lebenden Menschen aus. Das bedeutet nicht, dass das Gebiet völlig leer ist. Es ist immer noch Heimat von knapp über drei Millionen Menschen. Das entspricht in etwa der Bevölkerung des Inselstaates Jamaika. Aber hier ist Platz für viele weitere Bewohner. Nehmen wir zum Beispiel Nigeria. Seine Gesamtfläche ist etwas größer als der dünn besiedelte Gürtel in Amerika. Aber die Bevölkerung Nigerias beträgt enorme 206 Millionen Menschen. Das macht es zum siebten bevölkerungsreichsten Land auf dem Planeten. Beeindruckend, nicht wahr? Aber warum schöpft der amerikanische Mittlerer Westen sein Potenzial nicht aus? Zeit für eine letzte Geschichtsstunde. Ich habe bereits erwähnt, wie die Vereinigten Staaten von der Ostküste zur Westküste expandierten. Das bedeutet nicht, dass der Westen zu weit zurücklag. Nehmen Sie zum Beispiel die Städte San Francisco und Los Angeles. Sie wurden 1850 eingemeindet. Das ist nur 13 Jahre nach Chicago. Im folgenden Jahr wurde Portland, Oregon eingemeindet. Sie bekommen das Bild. Und dann, im Jahr 1869, vollendeten die Vereinigten Staaten den Bau ihrer ersten transkontinentalen Eisenbahn. In Sachen Verkehr war das Land vereinigt. Es gibt keinen historischen Grund, der stark genug ist, um zu erklären, warum so wenige Menschen im Zentrum des Landes leben. Zeit für etwas interessante Geografie. Wenn Sie sich die physische Karte der Vereinigten Staaten ansehen, werden Sie bemerken, dass diese Gürtel in den Great Plains liegen. Wie der Name schon sagt, ist das Gebiet flach, was ideal für große Siedlungen sein sollte. Nun, nicht wirklich. Östlich dieser Region gibt es ein riesiges braunes Gebiet. Es ist von Bergen bedeckt. Aber nicht irgendwelche Berge. Das sind die Rockies. Die Gebirgskette ist ungefähr 76 Millionen Jahre alt. Sie hat mehrere Gipfel über 14.000 Fuß. Und die meisten der Rockies sind Nationalparks. Ein riesiges Naturschutzgebiet. Aber am wichtigsten ist, dass die Gebirgskette eine entscheidende Rolle im Klima der Region spielt. Haben Sie schon einmal vom Regenschatten-Effekt gehört? Lassen Sie mich erklären. Feuchte Wettersysteme bilden sich über dem Pazifischen Ozean. Dann reisen sie nach Osten, wo sie auf die Rocky Mountains treffen. Die Luft muss über die Berge hinauf. Hier kühlt sie ab und kondensiert. Das endgültige Ergebnis? Viel Regen und Schnee für die Menschen, die auf oder westlich der Kette leben. Und nur wenige Tropfen östlich davon. Wenn die Luft vom Pazifik schließlich die Great Plains erreicht, enthält sie nicht mehr viel Feuchtigkeit. Tatsächlich beginnt das Wettersystem, Feuchtigkeit aus der umgebenden Landschaft aufzunehmen. Dies schafft ein trockenes Klima östlich der Rocky Mountains. Genau dort befindet sich der Gürtel, in dem so wenige Amerikaner leben. Es ist einer der trockensten Teile des Landes. Also, als Siedler im 19. Jahrhundert kamen, dachten sie, nee, ich fahre einfach weiter westlich. Hinzu kam der Goldrausch in Kalifornien, den sie ansteuerten. Das Klima in diesem Teil der Ebenen ist nicht gut für die Landwirtschaft und große Schwankungen der Lufttemperatur helfen auch nicht. An einem einzigen Tag können die Temperaturen von 70 auf 30 Grad Fahrenheit fallen. Diese plötzlichen Änderungen der Außentemperatur sind schädlich für die menschliche Gesundheit. Es ist, als würden sie an einem glühend heißen Sommertag in einen klimatisierten Raum treten. Kein angenehmes Gefühl. Südkalifornien hat ein ähnlich trockenes Klima. Dennoch leben dort knapp 40 Millionen Menschen. Das macht Kalifornien zum bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat. Ihr Geheimnis? Ein weit verzweigtes Netz von Bewässerungskanälen und Aquädukten, sowie ein Anteil am Wasser des Colorado River. Die Sommer in den Great Plains werden sehr heiß, während die Winter extrem kalt sind. Der Grund für diese extremen Wetterbedingungen sind Polarwinde. Sie reiten quasi im Windschatten der Rockies und fallen dann schnell in die Plains. Ein Wintertag in Wyoming kann zum Beispiel angenehm warm starten. Aber später am Nachmittag kann die Temperatur leicht unter Null sinken. Man wüsste einfach nicht, wie man sich anziehen soll. Und man würde wahrscheinlich auch nicht hierher ziehen wollen. Das denken auch 99 Prozent der Amerikaner. Menschen mögen es sich wohl zu fühlen. Deshalb entscheiden wir uns dafür, in gemäßigten Klimazonen zu leben. Orte, die entweder zu kalt oder zu heiß sind, haben keine große Bevölkerung. Schauen Sie sich nur mal den trockensten bewohnten Kontinent an. Sie haben richtig geraten, es ist Australien. Fast 70 Prozent des Landes sind entweder trocken oder halbtrocken. Das ist eine subtile Art, zu sagen, dass es eine Wüste ist. Deshalb siedeln sich die Australier in Küstengebieten an. 90 Prozent von ihnen leben in großen Städten wie Sydney, Melbourne und Perth. Die einzige Ausnahme ist die Hauptstadt Canberra. Sie wurde im Landesinneren in der Nähe einer Wasserquelle gebaut. Aber das Innere Australians ist dünn besiedelt, genau wie in den Staaten. Es gibt nur eine größere Stadt auf einer Fläche von zwölf Michiganseens. Ein riesiges Lob an die Bewohner von Alice Springs. Sie leben wirklich in einer OAS. Und wie sieht es mit Orten mit gemäßigtem Klima wie Europa aus? Die Bevölkerung ist hier gleichmäßig verteilt, richtig? Ja und nein. Es kommt auf das Land an. In Deutschland leben 77 Prozent der Menschen in städtischen Gebieten. Sie haben viele Großstädte zur Auswahl. Berlin, Hamburg, München und Köln haben alle über eine Million Einwohner. Aber schauen wir uns das benachbarte Frankreich an. Wie viele Städte mit einer Bevölkerung von über einer Million können Sie nennen? Okay, Paris. Definitiv. Es hat über zwölf Millionen Einwohner im Großraum. Aber jetzt kommt die erschreckende Tatsache. Die nächsten beiden Städte auf der Liste haben jeweils eine Bevölkerung von kaum zwei Millionen. Können Sie das riesige Ungleichgewicht bemerken? Das ist der Fall in den meisten großen europäischen Ländern. In Griechenland zum Beispiel leben 35 Prozent der Bevölkerung in der Hauptstadt Athen. Daher ist das weitgehend unterbevölkerte Zentrum der Vereinigten Staaten kein einzigartiges Beispiel. Amerika ist das Land der Möglichkeiten. Aber die Chancen, ein besseres Leben zu finden, sind größer in großen Städten. Die 100 größten Ballungsräume des Landes machen mindestens drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts der Nation aus. Und die meisten von ihnen sind an der Ost- und Westküste gelegen. Es gibt keine Städte mit über einer Million Einwohnern in Amerikas unter bevölkertem Gürtel. Dubai ist von Grund auf glamourös. Im Jahr 1986 ging dieser Mann vollends daran, ein verschlafenes Fischerdorf in eine glänzende Megastadt voller Wolkenkratzer zu verwandeln. Alles basierte auf Ölgeld. Jahr für Jahr begannen Investoren und Expatriats in die Stadt zu strömen. Und nun beherbergt Dubai-Halenski-Gebiete, Freiluftwasserparks, drohnengesteuerte Wetterkontrolle, futuristische Gärten und schwimmende Tennisplätze. Aber ist alles so rosig, wie es scheint? Die Stadt ist auf wandernden Sanden in einer Wüste erbaut, in der die Temperaturen 115 Grad Fahrenheit überschreiten können. Könnte Dubai diese katastrophale Mahnung sein, die darauf wartet, einzutreten? Es könnte sein oder auch nicht, finden wir es heraus. Nun, eines der fragwürdigsten Projekte dieses Emirats könnte tatsächlich in Gefahr sein. Ich spreche von den künstlichen Inseln Dubais vor der Küste. Gebaut aus Sand, der vom Meeresboden hochgezogen wurde, sind sie Teil eines äußerst ehrgeizigen Plans, Resorts und Wohnhäuser für die Superreichen zu schaffen. Doch momentan sind die meisten dieser Inseln weitgehend verlassen und ihr Markt ist zusammengebrochen. Und das Schlimmste? Oh, niemand hat ein solches Ergebnis erwartet. Sie versinken bereits wieder im Meer. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Wunderinseln? Es gibt drei Palmeninseln. Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali und Palm Deirah, ein Archipel aus 300 kleinen Inseln genannt, die Welt. Und eine letzte Gruppe kleiner Inseln gestaltet nach Sternbildern. Das Universum. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2000 mit den Palmeninseln. Das Hauptziel war es, eine weitere Oase innerhalb der Oase Dubai zu schaffen. Mit mehr Geschäften und luxuriöseren Waren, mehr Resorts und Hotels, mehr Restaurants und mehr Stränden. Die Palmeninseln haben beispielsweise willenartige Häuser in zeitgenössischen Stilen innerhalb abgeschirmter Gemeinschaften. Es stellt sich heraus, dass sie dazu gedacht sind, den Lebensstil der Hollywood Hills nachzuahmen. Derzeit ist Palm Jumeirah die am weitesten entwickelte Insel von allen und verfügt über funktionierende Geschäfte, Wohnungen und Hotels. Die anderen beiden Palmeninseln gelten als eher unterentwickelt, wenn nicht sogar verlassen. Was den Archipel The Universe betrifft, so haben die Arbeiten daran noch nicht einmal begonnen. Und gleichzeitig soll er bis zum Jahr 2028 fertiggestellt sein. Das Archipel der Welt ist bei seiner Entwicklung von einem Problem zum nächsten gestolpert. Die meisten Probleme standen im Zusammenhang mit der Verwendung von Sand aus dem Meer zum Bau der Inseln. Erosion durch Wasser und Wind begann von Anfang an, die Inseln abzutragen. Aber das ist nicht das einzige Problem. Um die Sache noch schlimmer zu machen, drohen steigende Meeresspiegel, sie vollständig zu verschlingen. Hinzu kommen wirtschaftliche Probleme, die seit 2018 nicht nachgelassen haben. Aber lassen Sie uns ins Detail gehen, um zu sehen, wie wirklich katastrophal das Ganze unterfangen ist. Palm Jumeirah, die bisher einzige erfolgreiche Inselgruppe, versinkt buchstäblich mit einer Rate von 5 mm pro Jahr. Es stellt sich heraus, dass auf dem Meeresboden aufgehäufter Sand nicht besonders geeignet ist, das Gewicht von Hunderten und Tausenden Tonnen von menschengemachten Strukturen zu tragen. Die Inseln Dubais versinken, der Meeresspiegel steigt, das ist offensichtlich. Aber konnten die Ingenieure hinter diesen großartigen Projekten ein solches Ergebnis nicht vorhersehen? Anscheinend nicht. Die Wellenbrecher um die Inseln herum haben eine Höhe von gerade einmal zwei Metern. Das liegt weit unter jeder ernsthaften Schutzhöhe. Außerdem führt Wasserosion dazu, dass jedes Jahr zwischen 10.000 Kubikmetern und 15.000 Kubikmetern Sand abgetragen werden. Und diese Zahlen werden steigen, da die globale Erwärmung Wetter und Gezeiten des Ozeans verschärft. Wir sollten auch die ökologischen Probleme erwähnen, die der Bau der Inseln verursacht hat. Zum einen wurden im Prozess zu viele natürliche Ressourcen verwendet, was zum Rückgang der Artenvielfalt und zum Aussterben von Wildtieren und Vegetation geführt hat. Die Inseln sind äußerst schädlich für das Meeresleben und das Ökosystem. Dubai verbraucht enorme Mengen an Energie und natürlichen Ressourcen. Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Dubai im Jahr 2019 betrug 550 Liter pro Person pro Tag. Der höchste Verbrauch in irgendeinem Land. 98 Prozent dieses Wassers stammen aus Entsalzungsanlagen, die erhebliche Mengen fossiler Brennstoffe verbrauchen. Außerdem hatte die umfangreiche Verwendung von Meeresand und Sedimenten zum Bau der Inseln katastrophale Folgen für das lokale Ökosystem. Während der Bauarbeiten trübten sich die Gewässer durch Schlamm, wodurch einst reichlich vorhandene Meeresbewohner erstickt wurden. Zum Beispiel wurden Austernbänke mit fünf Zentimetern Sediment bedeckt. Nun wollen wir einen genaueren Blick auf eines der Projekte werfen, die Weltinseln und die tiefsten Geheimnisse dahinter entdecken. Der Bau begann Anfang der 2000er Jahre. Seitdem war das Projekt von einem Schleier aus Gerüchten umgeben, von prominenten Käufen bis zu extravaganten Hotelprojekten. Viele Jahre lang schien die Fertigstellung unwahrscheinlich, nachdem die Inseln nach der Finanzkrise im Jahr 2008 größtenteils verlassen wurden. Eines der ehrgeizigsten Projekte der VAE drohte fast zu einer Geisterstadt zu werden. Gleichzeitig wächst der Ruf Dubais als Luxusurlaubsziel und Investitionszentrum. Dies hatte auch Auswirkungen auf die einst verlassenen Weltinseln. Zum Beispiel eröffnete die globale Hotelgruppe Anantara ein 70-Zimmer-Resort namens Anantara World Islands Dubai Resort. Glauben Sie nicht auch, dass dies neue Hoffnung für dieses Reiseziel weckt? Was sind also genau die World Islands? Sie liegen etwa vier Kilometer vor der Küste von Dubai im Persischen Golf. Es handelt sich um eine Sammlung kleiner Inseln, die die Welt im Miniaturformat nachbilden. Jede Insel trägt einen eigenen Namen, der einem bestimmten Land entspricht. Der Archipel wurde von der in Dubai ansässigen Firma Nakhil Projects geschaffen. Dieser Name ist mit vielen hochkarätigen Projekten verbunden, einschließlich St. Regis Dubai, The Palm. Die künstlichen Inseln wurden gebaut, indem Sand aus dem Golf entnommen und an den vorgesehenen Platz verbracht wurde. Mehrere Millionen Tonnen Felsen wurden verwendet, um sie an Ort und Stelle zu halten. Insgesamt gibt es 300 Inseln und jede erstreckt sich von 22 200 bis 88 600 Quadratmetern. Bislang wurden bereits mehr als 14 Milliarden Dollar in den Bau investiert. Die Entwickler hatten während des Prozesses mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Neben dem Arbeitsstillstand gab es auch Gerüchte, dass die World Islands wieder im Meer versinken würden. Über viele Jahre hinweg war das Projekt Heart of Europe das überzeugendste. Seine Entwicklung wird dazu führen, dass eine bestimmte Anzahl der Inseln in The World in den Kontinent Europa verwandelt wird. Es ist geplant, dies so weit umzusetzen, dass in einigen Bereichen künstliche Wetterbedingungen mit Regen und Schnee erzeugt werden könnten. Das Herz Europas umfasst den Bau mehrerer luxuriöser Hotels, privater Herrenhäuser und sogar schwimmender Villen. Jede dieser Villen ist darauf ausgelegt, die Menschen zu verschiedenen europäischen Zielen zu transportieren, einschließlich Venedig, Schweden, Monaco und Deutschland. Dieses ehrgeizige Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und die Gruppe sucht nach potenziellen Investoren. Aber das wahrscheinlich aufregendste Projekt der World Islands ist das Anantara World Islands Dubai Resort, von dem ich zuvor gesprochene habe. Es befindet sich in der Region Südamerika der Inseln und bietet einen großartigen Blick über die Hauptstadt. Eröffnet wurde es im Jahr 2021. Zu den Unterkünften des Resorts gehören Suiten, Strandvillen und Poolvillen. Derzeit ist es das einzige eröffnete Resort im gesamten Archipel, was ihm ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Privatsphäre verleiht. Interessanterweise bleiben die Entwicklungsmöglichkeiten und Kaufgelegenheiten streng geheim. Es gab eine alte Anzeige auf einer Internetseite für die gesamte Sammlung zurück, bis zu dem Zeitpunkt, als die World Islands noch ein faszinierendes Projekt waren. Doch später war nur noch eine einzelne Insel zum Verkauf verfügbar. Welche Insel es war, wurde nicht bekannt gegeben. Aber die Anzeige beschrieb sie als eine 17.000 Quadratmeter große, unbebaute Insel. Und der geforderte Preis dafür betrug 16 Millionen Dollar. Es mag nach viel Geld klingen, wenn man die Probleme rund um das Projekt World Islands bedenkt. Aber die Inseln könnten leicht im Wert steigen, wenn das Anantara Resort den Erwartungen aller gerecht wird. Übrigens, wenn du ein Stück von den Weltinseln besitzen möchtest, aber keine zum Verkauf findest, erkundige dich nach privaten Kaufmöglichkeiten im Heart of Europe. Dieses Projekt bietet seinen Investoren die Chance, entweder ein zweites Zuhause auf einer seiner Resortinseln zu kaufen, einschließlich luxuriöser Villen und Herrenhäuser, oder eine unglaublich exklusive Privatinsel zu erwerben. Ich frage mich, wie sieht es mit dem Lebensmitteleinkauf aus? Soweit ich weiß, fehlt es dort an Infrastruktur. Ich meine, gibt es dort überhaupt DoorDash? Oder muss man den ganzen Weg zum nächsten Luxushotel gehen, um zu frühstücken? Andererseits, wenn man bedenkt, was man dort für eine Immobilie bezahlt, sollten die Kosten fürs Frühstück nicht die größte Sorge sein. Also, sie haben gerade ihre Besichtigungstour durch Edinburgh, Schottland, beendet. Sie dauerte knapp eine Stunde und sie sind hungrig nach mehr. Sie fragen ihren Guide, ob es noch etwas anderes zu sehen gibt. Und dieser fängt an, von einer mysteriösen Untergrundstadt zu erzählen. Sie fragen, wie lange es dauert, dorthin zu gelangen. Und sie sind schockiert über die Antwort des Guides. Sie stehen darauf. Sie ist direkt unter ihren Füßen. Southbridge? Aber sie waren doch gerade dort und haben keinen riesigen Pfeil bemerkt, der nach unten zeigt. Hm, also hier beginnt das Rätsel. Die Geschichte beginnt Mitte des 18. Jahrhunderts. Die schottische Hauptstadt war damals nicht so groß wie heute. Bevölkerung 500.000 Menschen. Nur 60.000 Menschen lebten um das Edinburgh Schloss herum. Alle waren sie innerhalb der mittelalterlichen Mauern gepackt. Und man sagt, die heutigen Städte seien überbevölkert. Stellen Sie sich die Wohnverhältnisse damals vor. Die Gebäude waren hoch, sodass es wenig natürliches Licht gab. Einige Häuser hatten 14 Stockwerke. Kühe liefen durch die engen, gewundenen Straßen und ließen Zeug zurück. Die Dinge waren so schlecht, dass der berühmte englische Schriftsteller Daniel Defoe bemerkte, ich glaube, in keiner Stadt der Welt haben so viele Menschen so wenig Raum. Ja, das ist der Kerl der Robinson Crusoe geschrieben hat. Nun, etwas musste einfach getan werden. Die Lösung bestand darin, zwei lange Brücken nördlich und südlich der Stadt zu bauen. Die Namen, die sie den Brücken gaben, waren eher beschreibend als farbenfroh. Nordbrücke und Südbrücke. Die Brücke im Norden wurde zuerst fertiggestellt. Im Jahr 1785 begann der Bau der zweiten Brücke. Sie sollte die Hauptfußgängerstraße im Norden mit den Universitätsgebäuden im Süden von Edinburgh verbinden. Aber denken Sie nicht an diese Konstruktion als eine moderne Brücke über einen Fluss. Es war eher ein Viadukt, eine Art von Brücke, die zwei Hügel über ein Tal verbindet. Das Wort Viadukt stammt aus dem Lateinischen, da die Römer Pioniere im Bau dieser Strukturen waren. Ihre Hauptstadt Rom wurde auf sieben Hügeln erbaut. Und um den Römern nachzueifern, erstreckt sich auch Edinburgh über sieben große Hügel. Heute sind jedoch nur noch zwei sichtbar, da die Stadt bebaut wurde. Im 18. Jahrhundert war der Bau der Südbrücke eine bemerkenswerte Ingenieurleistung. Die Bauarbeiter brauchten nur drei Jahre, um sie fertigzustellen. 1785 und 80 g 1788. 19 steinerne Bögen überspannten eine Schlucht, die an ihrer tiefsten Stelle 9,4 Meter tief war. Und die Länge? Über 305 Meter. Beeindruckend, selbst nach heutigen Maßstäben. Aber was hat ein über zweieinhalb Jahrhunderte alter Viadukt mit einer unterirdischen Stadt zu tun? Nun, es ist die Stadt. Sie sehen, die Südbrücke wurde so konzipiert, dass sie innen hohl ist. Wenn sie heute diese Straße entlang gehen, befindet sich tatsächlich eine riesige von Menschenhand geschaffene Höhle unter ihren Füßen. Der gebräuchliche Name für diesen Satz von Kammern ist die Edinburgh Gewölbe. Aber was war der Zweck dieses Raumes? Und gibt es dort jetzt etwas oder jemanden? Gehen wir es Schritt für Schritt an. Die ursprüngliche Absicht der Bauherren war es, dass diese Gewölbe als Kaufmannsläden dienen sollten. Anfangs funktionierte das gut. Die Kaufleute nutzten insgesamt 120 Gewölbe als Geschäfte und Lagerhäuser. Es gab Werkstätten, Schuster und Tavernen. Doch mit der Zeit kam ein gravierender Konstruktionsfehler zum Vorschein. Der Stein war undicht und die Gewölbe waren ständig feucht. Es gab sogar Überschwemmungen. Die Bauherren vergaßen, die Struktur wasserdicht zu machen. Die Kaufleute fürchteten, das Wasser könnte ihre wertvollen Waren beschädigen. Schon nach ein paar Jahren zogen die ersten Mieter aus. Als der legale Handel sich von den Gewölben wegbewegte, zogen die Armen der Stadt ein. Und nicht nur sie, sondern auch allerlei zwielichtige Gestalten. Historiker wissen nicht viel über diese Periode, da es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Aber selbst die Hausbesetzer mussten bald gehen. Wenn man in diesen Gewölben kein Geschäft betreiben konnte, wie könnte man dann darin leben? Es war feucht und kalt und es gab keine Belüftung, sanitäre Anlagen oder natürliches Licht. Es stank wirklich. Der schlimmste Albtraum jedes Immobilienmaklers. Nur 30 Jahre nach ihrer Fertigstellung wurden die Southbridge Walls endgültig aufgegeben. Aber auf Straßenebene war das Geschäft wie üblich. Die Beamten entschieden aus Sicherheitsgründen, die Tresore mit Schutt zu füllen. Begraben und vergessen verblasste die Erinnerung an das einst blühende Kaufmannsviertel von Edinburgh langsam aus den Gedanken der Menschen. Jetzt wird die Geschichte etwas seltsam. In den 1980 Jahren fand ein schottischer Rugby-Spieler, Norrie Rowan, zufällig einen Tunnel, der in die Tresore führte. Der Sportler zögerte nicht lange und begann mit Hilfe seines Sohnes die Tresore auszugraben. Mehrere Tonnen Schutt und ein Jahrzehnt später wurden die Tresore der Southbridge wieder auf ihren alten Glanz zurückgebracht. Sozusagen. Sie waren wieder dunkel und feucht, wie sie schon in den 1700 Jahren waren. In dieser unterirdischen Stadt gab es viele interessante Funde. Die Gewölbe waren mit Austernschalen übersät, die zur damaligen Zeit die Standardkost für einen Arbeiterklassebewohner in Edinburgh darstellten. Andere Funde, wie Schuhe und leere Flaschen, legten nahe, dass Menschen tatsächlich in diesen klaustrophobischen Gewölben lebten. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal sehen, wie jemand versucht, seine Garage als Wohnung zu vermieten. Also, Ihr Reiseführer hatte Recht. Es gibt tatsächlich eine verborgene Stadt unter den Straßen von Edinburgh. Nun ja, zumindest unter einer Straße. Sie sind jetzt von der Hauptfußgängerzone, High Street, auf die Cowgate hinuntergegangen. Sie schauen hoch und da ist sie. Der einzige sichtbare Bogen der einst beeindruckenden Brücke. Nun suchen Sie online, um eine Tour durch die Gewölbe zu buchen. Sie müssen diesen Ort einfach mit eigenen Augen sehen. Aber die schottische Hauptstadt ist nicht die einzige Stadt mit einem geheimnisvollen Untergrund. Die historische Region Kappadokien im Zentrum der Türkei verbirgt nicht weniger als 36 Städte unter der Erde. Die größte und eindrucksvollste davon, Derinkuyu, wurde erst 1963 entdeckt. Sie wurde in der byzantinischen Ära, 8 Jahrhundert, erbaut, um die lokale Bevölkerung vor Eindringlingen zu schützen. Wir haben ähnliche Strukturen aus Beton in unseren Städten. Aber das Ausmaß der türkischen Untergrundstadt ist wirklich beeindruckend. Es gibt mehrere Ebenen. Ähnlich wie in einem mehrstöckigen Parkhaus. Die Höhlen und Tunnel liegen 60 Meter unter der Erde. Das sind zwei Drittel der Höhe der Freiheitsstatue. Die Stadt konnte zu jeder Zeit 20.000 Menschen beherbergen, inklusive Vieh und Nacken. Hm, der Geruch. 20.000 ist die durchschnittliche Zuschauerzahl Beispielen der Major League Soccer. Heute. Vielleicht möchten Sie bei Ihrem nächsten Türkei-Besuch einen Ausflug zu einem dieser Orte einplanen. Die meisten dieser Städte in Kappadokien befinden sich in ländlichen Gebieten. Macht Sinn, oder? Schließlich wurden sie als Verstecke ausgehoben. Aber in Europa gibt es eine Stadt, deren unterirdisches Labyrinth den Gewölben in Edinburgh ähnelt. Sie haben wahrscheinlich schon von Pilsen in der Tschechischen Republik gehört. Aber warten Sie einen Moment. Dies wird nicht die Geschichte des bekanntesten lokalen Produkts sein. Etwas Gebräu vielleicht. Es ist die Geschichte einer mittelalterlichen Stadt, die unter den Straßen von Pilsen überlebt hat. Wasserbrunnen, Keller und Durchgänge erstrecken sich über mehr als 20 Kilometer. Händler und Handwerker nutzten das historische Untergrund von Pilsen zur Lagerung. Wasser, Nahrung, Eis nennen sie es. Die Wasserversorgung ist ziemlich beeindruckend. Historiker schätzen, dass sich 360 Brunnen unter dem historischen Stadtzentrum von Pilsen befinden. In Zeiten der Instabilität dienten die Durchgänge den Einheimischen als sichere Zuflucht. Sie hatten dort definitiv keinen Durst. Heutzutage besuchen hauptsächlich Touristen diese geheimnisvollen Untergrundstädte. Aber in Kanada gibt es eine RESO, in der Menschen leben und arbeiten. Der Bau der Untergrundstadt von Montreal begann 1962. Die ursprüngliche Idee war, den Verkehr zu schützen. Das ist eine nette Art zu sagen, dass die Stadtoberen eine U-Bahn-Station bauten. Die Idee fand Anklang und das Projekt erweiterte sich. Nun ist es ein echtes urbanes Labyrinth, versteckt unter der Innenstadt. Brauchen Sie einen Platz zum Übernachten? Dort unten gibt es Hotels. Hunger? Kein Problem. Essen Sie doch in einem der Untergrundrestaurants. Zahlreiche Geschäfte, eine Bibliothek, Kinos. Die Liste ist lang. Es gibt sogar Wohnkomplexe. Aber wie können Menschen unter der Erde leben? Ganz einfach. Obwohl die Stadt selbst unter der Erde liegt, befinden sich die Zugangspunkte auf Straßenniveau. Sie können das über 31 Kilometer lange Tunnelnetzwerk an mehr als 120 Orten betreten. Oh, das ist ein anderer Ort. Down Under. Ups, tut mir leid, Australien. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du gerade eine Weltreise gewonnen hast, auf der du die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt sehen könntest? Geil, oder? Aber es gibt einen Haken. Du wirst sie vielleicht zum letzten Mal im Leben besuchen. Denn diese Wahrzeichen drohen noch zu unseren Lebzeiten zu verschwinden. Krass. Ah, Paris, die Stadt der Liebe. Schwer, sich die Stadt ohne ihr berühmtestes Wahrzeichen vorzustellen, den Eiffelturm. Aber er war natürlich nicht immer da. Der Architekt Gustave Eiffel wurde beauftragt, den Turm während der Weltausstellung 1889 zu enthüllen. Doch die sogenannte eiserne Dame sollte nur 20 Jahre lang stehen. Danach sollte sie eigentlich abgerissen werden. Doch dieser Plan wurde nie umgesetzt. Der Turm wurde nicht abgerissen, weil an seiner Spitze eine Antenne verbaut wurde, die Funksignale weiterleitet. Aber es gibt ein Problem. Die eiserne Lady ist eisern. Und mit der Zeit und bei schlechtem Wetter, was in Paris häufig vorkommt, verschlechtert sich das Eisen. Es rostet. Und der Rost greift das Eisen an, bis zu dem Punkt, an dem es reißen kann. Und wenn ein Turm, der nur aus Eisen besteht, Riss bekommt, du weißt, was das bedeutet. Keine Selfies mehr, wie du Croissants vor dem berühmten Eiffelturm isst. Offenbar sind sich die französischen Behörden bewusst, dass dies geschieht. Aber anstatt den ganzen Turm zu reparieren, übermalen sie einfach den Rost. Die nächste Station ist das wunderschöne Rom. Du bist hier, um, du hast es erraten, das Kolosseum zu sehen. Eines der meistbesuchten Monumente der Welt. Früher haben die Gladiatoren dort ihre Shows abgehalten. Ah ja, du kannst genauso Arrivederci sagen, solange du noch kannst. Wie viele antike Monumente ist auch das Kolosseum kurz davor zu verschwinden. Es hat fast 2000 Jahre überstanden, seit es von Kaiser Vespasian in Auftrag gegeben wurde. Doch wegen des rauen Wetters, dem es jedes Jahr ausgesetzt ist, wird das Monument immer schwächer. Das Problem hier ist vor allem der Schnee. Wenn Schnee auf das Kolosseum fällt, dringt das gefrierende Wasser in die Risse der Steine ein und dehnt sich aus. Weißt du, so wie wenn man eine Limonadendose in den Gefrierschrank stellt und der Boden herausspringt. Ich weiß, es schneit nicht oft in Rom, aber selbst seltene Minusgrade können das Kolosseum ernsthaft beschädigen. Und da wir das Wetter nicht kontrollieren können, wer weiß, wie lange wir diese Schönheit noch begutachten können. Nach einem Nachtflug nach Indien kommst du am einzigartigen Taj Mahal an. In Natura ist es noch faszinierender als auf den Bildern. Das Taj Mahal ist eines der sieben Weltwunder der Neuzeit. Aber warum droht es bald zu verschwinden, fragst du dich? Das Monument wurde bereits 1643 aus makellosem weißem Marmor erbaut, als Geschenk des Kaisers Shah Jahan an seine geliebte Frau. Aber wenn unsere weißen Hemden schon schmutzig werden, wenn wir aus dem Haus gehen, stell dir ein Freilichtdenkmal vor, das seit über vier Jahrhunderten besteht. Das Taj Mahal befindet sich in der Stadt Agra, direkt am Yamuna-Fluss. Im Laufe der Jahre ist die Region stark verschmutzt worden. Und diese Verschmutzung trägt dazu bei, das Taj zu zerstören. Indiens oberster Gerichtshof hat sich schon viele Jahre mit dem Fall beschäftigt und sagt, das Monument wird grünlich und braun. Also haben die obersten Behörden beschlossen, dass entweder die örtliche Regierung das Taj Mahal vollständig restauriert oder es geschlossen wird. Oder schlimmer noch, sie zerstören es. Zum Wohle der Menschheit hoffe ich, dass sie sich bereits für die Restaurierung entschieden haben. Sonst haben wir nur noch sechs Wunder. Ah, endlich! Du hast es nach Südamerika geschafft. Genauer gesagt bist du jetzt in dem gebirgigen Land Peru. Wenn du nicht an solche Höhen gewöhnt bist, könnte dir ein wenig schwindelig werden. Aber das ist es wert, um die faszinierenden Inka-Ruinen von Machu Picchu zu sehen. Die Stadt befindet sich auf über 2400 Metern über dem Meeresspiegel. Und niemand weiß, wie die Inkas ein so ausgeklügeltes Dorf gebaut haben. Deshalb zieht die Städte jedes Jahr rund 440.000 Besucher an. Doch da die Vorschriften nicht so streng sind, verfällt die Städte langsam. Machu Picchu könnte das Opfer des sogenannten Übertourismus sein. Ich meine, wenn man sich die Aufnahmen der Städte an einem normalen Tag ansieht, ist es ziemlich überfüllt. Und auch wenn es sich um eine Stadt aus Stein handelt und Steine ziemlich widerstandsfähig sind, leiden sie doch unter der Erosion. Ob nun vom Menschen oder vom Wetter gemacht. Mann, das hört sich wirklich nicht gut an. Es gibt noch ein weiteres steinernes Denkmal, das du auf deiner Liste abhaken musst. Kannst du erraten, welches? Ja, Stonehenge. Es liegt in den friedlichen Hügeln von Wiltshire, England und existiert schon seit über 5000 Jahren. Niemand weiß genau, wann es erbaut wurde, aber hab Geduld. Wenn die einzige Ursache für das Verschwinden die Erosion wäre, dann würde es Millionen von Jahren dauern, bis das Monument verschwindet. Seit 1995 haben die britischen Behörden mehrfach vorgeschlagen, einen unterirdischen Tunnel zu bauen, der den Südosten und den Südwesten Englands verbindet. Das Problem ist nur, dass der Tunnel unter Stonehenge verläuft und das Fundament der Anlage erschüttern könnte. Nicht so gut. Wie dem auch sei, seit das Projekt vorgeschlagen wurde, haben lokale Befürworter des Monuments eine Allianz zur Rettung von Stonehenge gegründet, um das Monument zu schützen. Sie glauben fest daran, dass ein Vorhaben wie dieser Tunnel der Städte schweren Schaden zufügen würde. Ah, Ägypten. Diesmal reist du mit Stil zu deinem Ziel. Und damit meine ich Kamele. Nur für den Fototermin versteht sich. Aber warum bist du hier? Du bist gekommen, um dir die große Sphinx anzusehen. Du weißt schon, die mit der gebrochenen Nase. Die Sphinx wurde auch vor langer, langer Zeit gebaut. Vor über 4000 Jahren. Und damals verwendete man, was man zur Verfügung hatte. Kalksteine. Nun glauben einige Forscher, dass gefährliches Wetter die Kalksteine der Sphinx beschädigt haben könnte. Es handelt sich um sehr poröse Gesteinsarten, sodass Wasser leicht in sie eindringt und die Erosion verstärkt und beschleunigt. Doch das Wasser kommt auch von unten. Im Gegensatz zu den Pyramiden von Gizeh wurde die große Sphinx direkt aus dem Grundgestein gemeißelt. Und direkt unter dem Monument befindet sich ein Flussbett, das ebenfalls in die Sphinx eindringt und sie schwächt. Ich drück die Daumen, dass es in Ägypten in den nächsten Jahrhunderten nicht zu viel regnet. Ich hoffe, du hast deinen Badeanzug dabei, denn es ist Zeit, tief ins tote Meer einzutauchen. Nur wirst du nicht allzu weit kommen. Weißt du, na, weil das Wasser so viel Salz enthält, dass du praktisch nur treibst. Fun Fact, dieses Meer ist zehnmal salziger als der Ozean. Es mag ein wenig ironisch klingen, dass das tote Meer tatsächlich vom Untergang bedroht ist, aber es ist wahr. Der Seespiegel sinkt jedes Jahr um einen Meter zwanzig. Das hat mit einem der Hauptzuflüsse des Sees zu tun. Ein Zufluss ist ein Fluss, der in ein viel größeres Gewässer mündet. Das Problem ist, dass diese Region nicht sehr reich an natürlichem Wasser ist. Deshalb haben einige der lokalen Behörden kleinere Zuflüsse für die Grundversorgung der Menschen umgeleitet. Da aber jede Aktion eine Reaktion nach sich zieht, steht das tote Meer nun vor einigen Schwierigkeiten. Zurück in die USA. Es ist Zeit, die Stadt, die niemals schläft, zu besuchen. Und wenn du meine Reisepläne bis jetzt kapiert hast, kennst du bereits das Wahrzeichen, das wir besuchen werden. Es ist die Lady Liberty. Es mag für einige überraschend sein, aber die berühmte Freiheitsstatue war eigentlich aus Kupfer. Durch die Oxidation ist sie grün geworden. Naja, vielleicht würde ich auch grün werden, wenn ich ständig dem rauen Wetter in New York ausgesetzt wäre. Einige Forscher sagen, dass auch die Luftverschmutzung die Oxidationsprozesse beschleunigen kann, was die lange Lebensdauer der Statue gefährdet. Natürlich tut New York City seinen Teil zur Instandhaltung. Hoffentlich reicht das aus, damit wir die Statue zu unseren Lebzeiten weiterhin betrachten können. Hey, Zeit, nach Hause zu fahren. Ich habe diese Reise sehr genossen und ich hoffe, du auch. Hoffen wir nur, dass wir diese Orte noch lange besuchen können. Hey, was geht? Nervös vor der Landung? Kein Grund zur Sorge. Auch nicht, wenn man an einem so besonderen Ort wie Bhutan landet. Das Gelände hier ist so anspruchsvoll, dass eine Landung schon mal schwierig werden kann. Das Interessante am Fliegen in Bhutan ist, dass es nur wenige Piloten gibt, die in Bhutan landen dürfen. Ja, im Zickzack zu landen, klingt nach einer echten Herausforderung. Kein Wunder, dass der Bhutan-Paro International Airport als einer der gefährlichsten Flughäfen der Welt gilt. Weltweit gibt es nur zwei Fluggesellschaften, die diesen Flughafen anfliegen. Vor zehn Jahren waren es nur acht Piloten, die die Landung meisterten. Heute sind es etwas mehr. Der Tenzing Hillary Airport in Lukla, Nepal, stellt eine noch größere Herausforderung dar als der Paro International Airport in Bhutan. Mit seiner kurzen Landebahn von nur 520 Metern, den extrem starken Winden und dem bergigen Gelände birgt er alle möglichen Gefahren. Zum Vergleich, normale Landebahnen auf den meisten Flughäfen sind mindestens 3000 Meter lang oder noch länger. In vielen Gate-Bereichen von Flughäfen findet man Teppichböden, die oft mit anderen Vorteilen wie niedriger Deckenhöhe, bequemen Sitzen und angenehmer Tageslichteinstrahlung verbunden sind. Die Kosten für diese Einrichtungen sind hoch und Teppichböden erfordern einen höheren Reinigungsaufwand als Hartböden. Dennoch ist es besonders wichtig, dass sich die Passagiere, die auf ihren Flug warten, wohlfühlen und entspannen können. Es geht aber nicht nur darum, das Wohlbefinden der Passagiere zu steigern. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass entspannte Passagiere mit einer um 7 bis 10 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit in der Lounge- oder im Duty-Free-Bereich verweilen und etwas kaufen. Wenn Flughäfen also in den Komfort ihrer Passagiere investieren, können sie auch ihre eigenen Einnahmen steigern. Es gibt den Begriff Golden Hour, der sich auf die ersten 60 Minuten nach dem Check-in am Flughafen bezieht, in denen die Passagiere statistisch gesehen das meiste Geld in den Geschäften und Duty-Free-Bereichen ausgeben. Die bequemsten Sitze in den Bereichen vor den Geschäften sind ein cleverer Trick, um die Passagiere zum Einkaufen zu verleiten. Es kann sehr verlockend sein, in einem bequemen Sessel zu sitzen und ein auffälliges Schild oder Schaufenster zu betrachten, und genau das wollen die Flughäfen erreichen. Wer kennt das nicht? Man steht an der Sicherheitskontrolle und stellt plötzlich fest, dass man etwas Verbotenes im Handgepäck hat. Wasserflasche ade! Alternativ kann man sich das Gepäckstück an eine beliebige Adresse im Land schicken lassen. Und wenn man es nicht abholt, wird es in der Regel 60 Tage lang aufbewahrt. Wenn die Sicherheitskräfte etwas mitnehmen und niemand es abholt, wird es sogar versteigert und in alle Welt verschickt. Die meisten Flughäfen verfügen über Experten, sogenannte Profiler, die mit der sogenannten Spot-Technik, Screening Passengers by Observation Technique, arbeiten. Ihr Ziel ist es, verdächtige Personen durch eine genaue Analyse von Mimik, Gestik und Verhalten zu erkennen. Zu den nonverbalen Anzeichen, auf die sie achten, gehören beispielsweise Lippenlecken, Kratzen oder ständiges Umschauen. Stellt ein Profiler fest, dass sich jemand merkwürdig verhält, kann er die Person zu einer Inspektion einladen, um mehr über sie herauszufinden. Profiler arbeiten sowohl am Hauptterminal als auch an der Passkontrolle und stellen typische Fragen wie, was ist der Zweck ihres Besuchs? Sie beobachten dann die Reaktion der Person auf diese Frage, um mögliche Hinweise zu finden. Unabhängig davon, wie unauffällig ein Passagier zu sein scheint, können die TSA-Beamten in seinem Verhalten kleinste Hinweise darauf finden, ob er etwas zu verbergen hat. Du bist am Flughafen angekommen und freust dich auf ein paar Wochen Urlaub von Arbeit und Alltag, nur um festzustellen, dass das Parken auf dem Flughafenparkplatz ein kleines Vermögen kostet. Warum so teuer? Ein Flughafenparkhaus ist wie jedes andere Unternehmen ein Wirtschaftsbetrieb. Das Grundstück, der Bau des Parkhauses selbst, sowie die Instandhaltung erfordern enorme finanzielle Mittel, die natürlich von den Nutzern gedeckt werden müssen. Hinzu kommt, dass das Parken direkt am Flughafen sehr komfortabel ist, was die Kosten zusätzlich in die Höhe treibt. Wer nicht bereit ist, für diesen Komfort tief in die Tasche zu greifen, sollte lieber ein Taxi nehmen oder sich von einem Freund mitnehmen lassen. Die weißen Spuren, die Flugzeuge in großer Höhe hinterlassen, sehen oft aus wie Triebwerkabgase, sind aber meist nur Wasserdampf. Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit sammelt sich während des Fluges in den Triebwerken und wird dann mit den Abgasen ausgestoßen. Tritt die heiße und feuchte Luft aus den Triebwerken in großer Höhe auf kühle und trockene Luft, entsteht eine lange, schmale Dampffahne. Ein Kondensstreifen. Die Bildung und Sichtbarkeit von Kondensstreifen hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Ist es bereits feucht, ist mehr Wasser vorhanden und die Kondensstreifen sind deutlicher zu sehen. Wenn es kalt genug ist, können die Wassertropfen sogar zu Eis gefrieren und länger sichtbar bleiben. Es mag seltsam erscheinen, dass sich die Flugbesatzung darum kümmert, ob die Fensterläden oben oder unten sind. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich die Passagiere an das Außenlicht anpassen können. Meistens geht es nur darum, dass die Leute schnell ein- und aussteigen können, aber in einem Notfall ist es das Letzte, was man will, dass die Leute aufhören zu blinzeln, bevor sie das Flugzeug verlassen. Außerdem bleiben während Start und Landung alle Jalousien oben, damit das Bodenpersonal Probleme an Bord sofort erkennen und entsprechend reagieren kann. Bricht beispielsweise ein Feuer in der Kabine aus, kann das Bodenpersonal sofort reagieren, wenn es die Situation durch die Fenster erkennen kann. Bei heruntergelassenen Jalousien könnte wertvolle Zeit für die Rettung von Passagieren und Besatzungsmitgliedern verloren gehen. Wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du einen kleinen gelben Doppelhaken an der Tragfläche. Das sieht zwar komisch aus und könnte die Aerodynamik beeinträchtigen, dient aber der Sicherheit. Bei einer Notlandung werden Seile an diesen Haken befestigt, um die Passagiere über die Tragflächen aus dem Flugzeug zu ziehen. Auf rutschigem Untergrund kann das Seil auch als Haltegriff dienen, um einen Absturz zu verhindern. Juhu! Hoch oben in der Atmosphäre unseres Planeten gibt es mehrere extrem schnelle Luftströmungen, die zwar unterschiedlich stark sind, aber eine relativ konstante Strömungsrichtung haben, die von Verkehrsflugzeugen genutzt werden kann. Kommt ein Flugzeug in die Nähe eines Jetstreams, kann es dessen Strömungsrichtung nutzen und dadurch deutlich schneller fliegen. Viele Fluggesellschaften nutzen dies, um Treibstoff zu sparen und den Flugverkehr zu beschleunigen. Wolken, insbesondere Gewitterwolken, können ein Anzeichen dafür sein, dass sich ein turbulentes Gebiet nähert. Manchmal treten Turbulenzen aber auch in der freien Luft auf, wenn ein Flugzeug ohne Vorwarnung einige Meter absackt und zu schlingern beginnt. Dies geschieht, wenn zwei Luftmassen mit hoher Geschwindigkeit aufeinanderprallen und ist für den Piloten völlig unsichtbar. Das Risiko, in eine turbulente Zone zu geraten, ist in geringer Höhe über Gebirgsregionen und in der Nähe von Jetstreams höher. In der Regel wird ein Flugzeug nach einem Blitzeinschlag zur Inspektion geschickt, kann aber sicher weiterfliegen. Der Rumpf leitet den Strom gut genug und wie bei einem Blitzableiter wird der Blitz höchstwahrscheinlich in eine Spitze des Flugzeugs einschlagen, entweder in einen Flügel oder in die Nase. Dann sucht er den Boden, findet ihn aber nicht und tritt aus dem Heck aus. Da es für den Strom einfacher ist, durch die Oberfläche des Flugzeugs zu fließen, als in das Innere einzudringen, sind die Menschen an Bord vor den Auswirkungen geschützt. Trotzdem kann der Blitz das Flugzeug von außen beschädigen. Wenn du immer noch Angst vor dem Fliegen hast, denk daran, was die Piloten sagen. Eine gute Landung ist eine, nach der du vom Platz weggehen kannst. Das hat nicht wirklich geholfen, oder? Komm diesen Sommer mit auf eine einmalige Reise. Unser erster Halt dieses coolen Abenteuers ist in Europa, im schönen Bella Italia, dem Land der Pasta und Pizza und des leckeren Gelatos. Ah, da ist er ja, der weltberühmte schiefe Turm von Pisa. Wir kaufen uns ein Ticket und betreten das Monument. Du musst jetzt 251 Stufen hinaufsteigen. Pass auf, wo du hintrittst und vergiss das Atmen nicht. Die weißen Marmorsteine sind beeindruckend, nicht wahr? Auf dem Weg nach oben schaust du ab und zu nach draußen und genießt den Blick auf die Stadt. Und schon sind wir oben. Geschafft! Wir stehen jetzt auf dem Glockenturm und du kannst so viele Selfies machen, wie du willst. Der schiefe Turm von Pisa ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Italiens. Unser Stadtführer erzählt, dass es eigentlich ein mittelalterliches Bauwerk ist. Der Turm wurde zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert erbaut und es dauerte mehr als 200 Jahre, um ihn fertigzustellen. Du willst wissen, ob er schon immer schief stand. Ja, er wurde quasi schief erbaut. Als sie die dritte Etage fertiggestellt hatten, begann der Sockel des Turms einzusinken. Du musst wissen, dass der Name Pisa aus dem Griechischen kommt und sumpfiges Land bedeutet. Der Boden ist also extrem weich und besteht aus Lehm, Schlamm und Sand. Schon als der Turm gebaut wurde, versuchte man die Situation zu retten, was auch gelangt, denn wir können heute dieses schiefe Monument bewundern. Oben auf dem 185 Meter hohen Turm genießt du die Aussicht auf die Stadt. Wie viele Terrakottadächer kannst du zählen? Und wenn du auf die Südseite des Denkmals gehst, fühlst du dich der Erde wieder näher. Das liegt daran, dass sich der schiefe Turm nach Süden neigt und zwar um fast 5,5 Grad. Und dann erzählt uns der Reiseführer, dass der Turm heute weniger schief ist. Vor ein paar Jahren haben nämlich die besten Architektur- und Ingenieurbüros der Welt Arbeiten neben dem Monument durchgeführt, um es vor dem Einsturz zu bewahren. Es wurden mehrere Tunnel gegraben und man hob fast 40 Kubikmeter Erde an der Nordseite des Turms aus. Jetzt neigt sich der Turm nur noch in einem Winkel von 4 Grad. Heute könnte vielleicht die letzte Chance sein, eines dieser klassischen Fotos zu machen, bei denen du den Turm stützt. Wer weiß, wie lange er noch so schief dasteht. Und dann lass uns weiterfahren. Wir wollen nach Rom. Diese Stadt ist im Grunde ein Freilichtmuseum, das wir uns unbedingt ansehen müssen. Es ist brütend heiß, also lass uns die Thermen von Caracalla besuchen. Bist du bereit für ein authentisches, antikes, römisches Erlebnis? Wir betreten den Raum, der früher eine Umkleidekabine war. Hier ist deine Vorstellungskraft gefragt, denn heute siehst du nur noch 40 Meter hohe Ziegelwände. Die Römer jeder Klasse verbrachten jeden Tag ein oder zwei Stunden in diesen Bädern. Sie kamen nach ihrem langen Arbeitstag oder vor dem Abendessen. Solch kaiserliche Bäder waren normalerweise kostenlos, aber wir mussten Eintritt bezahlen. Nach der Umkleidekabine gingen die Römer in einen beheizten Raum, wo sie mit Öl und Körperpeeling massiert wurden. Danach konnten sie in einen der beiden Höfe gehen. Hast du eine Vorstellung, wie groß sie waren? Hier gab es kunstvolle Marmorportale. Du kannst sogar noch ein paar Fragmente des Mosaikbodens ziehen. Wenn du in der Stimmung für etwas Intellektuelles warst, konntest du einem Philosophen zuhören oder eine der Bibliotheken besuchen. Jetzt sind wir wohl im beeindruckendsten Raum angekommen, dem Kaldarium. Das war ein kreisförmiger, heißer Dampfraum, im Durchmesser etwa 35 Meter. In ihm gab es nicht nur ein oder zwei, sondern sieben beheizte Becken. Damals gab es eine prächtige Kuppel, die von großen Granitsäulen getragen wurde. Das gesamte Gebäude war mit bunten Glas, Mosaiken und feinstem weißen Marmor verziert. In diesem Komplex gab es sogar ein olympisches Hallenbad. Das Wasser war aber wohl nur hüfthoch. Heute sehen wir davon leider nur noch ein paar rötliche Mauern aus Ziegeln und Beton. Viele römische Kaiser bauten solche Megakomplexe und Kaiser Caracalla ließ diesen bauen und damit machte er viele Menschen glücklich. Und jetzt fliegen wir rüber nach Ägypten. Hoffentlich hast du genug Sitzfleisch, denn wir werden auf Kamelen reiten und dazu saftige Trockenfrüchte essen. Du magst doch Datteln. Wir verlassen das Hotel im Morgengrauen und machen uns auf den Weg in die Außenbezirke von Kairo. Wir fahren am Nil entlang in Richtung Westufer. Mach ruhig ein paar Fotos. In der Ferne siehst du schon das riesige Monument. Es ist die große Sphinx von Gizeh. Kaum zu glauben, dass dieses Monument vor über 4.500 Jahren von Menschenhand erschaffen sein soll, stimmt's? Wir kommen näher und schon sehen wir die großen Pyramiden nördlich der Sphinx. Wir erfahren, dass die Sphinx im Gegensatz zu den Pyramiden direkt aus einem Stein des Gizeh-Plateaus gehauen wurde. Bis heute ist sie eine der größten Statuen der Welt, 20 Meter hoch und von Pfote bis Schwanz 73 Meter lang. Ich weiß, das Gesicht der Sphinx sieht etwas mitgenommen aus. In der Archäologie ist man sich sicher, dass es nicht immer so aussah. Es wurde eine Photoshop-Rekonstruktion der Sphinx erstellt, die ihr ursprüngliches Antlitz zeigt. Wie du sehen kannst, wurde ihr die Nase und Teile des Kinns abgeschlagen. Archäologische Forschungsgruppen kamen zur Erkenntnis, dass die Statue eine Darstellung des großen Pharaos Kafra ist, vor allem auch, weil ihr Gesicht dem eines Menschen gleicht. Direkt unter den Augen wurde eine Linie eingemeißelt, die den dunklen Unterlidstrich darstellt, den die Ägypter typischerweise mit einem Kohlestift auftrugen. Fun Fact, sie taten das nicht, um hübsch auszusehen, sondern um ihre Augen vor ultravioletten Strahlen zu schützen. In einer Wüstenregion, die so viel Sonnenlicht abbekommt, ist das auch ziemlich sinnvoll. Bis heute sind sich die Forschungsgruppen uneinig, ob die Sphinx einen Bart hatte oder nicht. Aber wenn sie diesem Pharao nachempfunden ist, dann wird sie höchstwahrscheinlich einen geflochtenen Bart gehabt haben, der aber im Laufe der Zeit durch Erosion zerstört wurde. Was wir aber noch sehen können, sind die Überreste eines Kopfschmucks auf der Sphinx. Er steht für Macht und Reichtum. Jetzt aktiviere nochmal deine Vorstellungskraft und stell dir blaue und goldene Streifen entlang des Kopfschmucks vor. So sah er wahrscheinlich aus, als die Statue fertig war. Leider werden wir nie erfahren, wie lange der Bau der Sphinx gedauert hat. Es gibt keine Hinweise dazu. Sicher ist aber, dass es sehr lange gedauert haben muss, denn die gemeißelten Details sind ziemlich beeindruckend. Vielleicht haben wir Glück und unser Guide führt uns in eine dieser geheimen Kammern im Inneren der Statue. Falls es sie wirklich gibt und nicht nur ein Mythos sind. Ach, ich träume schon lange vom kristallklaren Wasser Griechenlands. Egal, ob wir mit dem Boot oder dem Flugzeug ankommen, es erwartet uns ein wahrer Genuss. Griechenland, das Mekka für archäologische Städten. Wir erreichen den Yachthafen von Mandraki. Aber wo sind die Mela? Sollte hier nicht der Koloss von Rhodos stehen? Ja, aber der wurde vor langer, langer Zeit zerstört. Bevor die große Statue bei einem verheerenden Erdbeben in sich zusammenfiel, galt sie als eines der sieben Weltwunder der Antike. Du kannst dir den Koloss also leider nur auf Bildern ansehen, doch verwechsle ihn nicht mit Lady Liberty. Das wäre nämlich gar nicht so abwegig, denn offenbar gibt es eine Verbindung zwischen der Statue von Rhodos und der Freiheitsstatue. Beide wurden als Symbol der Freiheit errichtet. Daher wird Lady Liberty auch oft als der moderne Koloss bezeichnet. Der Koloss von Rhodos war etwa 30 Meter hoch. Aber heute sehen wir leider nur noch einen Betonsteg mit einer großen Lücke in der Mitte. Doch stell dir eine Bronzestatue vor, die sich über beide Enden des Stegs erhebt. Der Koloss wurde im dritten Jahrhundert vor Christi erbaut. Neunhundert Kamele waren wohl an dem Bau beteiligt. Die Statue thronte über dem Hafen etwa 54 Jahre, bevor sie durch ein heftiges Erdbeben zerstört wurde. Es traf die Gegend so stark, dass von der Statue nur ein großer Fuß übrig blieb. Trotzdem strömen jedes Jahr viele Besucher hierher. Wir ja auch. Und schon Heimweh? Schön, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Schreib mir, welcher dein Lieblingsort war. Bis zum nächsten Mal. Wir schreiben das Jahr 2010. Du befindest dich in den japanischen Gewässern des Pazifiks. Etwa 1200 Kilometer südlich von Tokio und ganz in der Nähe der Insel Iwo Jima. Der Himmel ist klar und es gibt fast keine Wellen. Doch dann kommt ein schweres, tiefes Grollen von irgendwo tief unter dem Meer und schreckt die Möwen auf. Dann wird es still. Zu ruhig. Es scheint, als würde sich keine Welle trauen, einen Ton von sich zu geben. Plötzlich steigt eine kleine Luftblase an die Oberfläche des Wassers auf. Dann folgen tausende Luftblasen. Das Wasser erhitzt sich und beginnt zu kochen. Die Wassertemperatur ist so hoch, dass du darin Eier und Nudeln kochen könntest. Die kochende Fläche wächst auf die Größe eines Stadions an. Sehr viel Dampf strömt in die Luft. Du kannst die Umrisse eines riesigen Objekts durch das kochende Wasser erkennen. Dann ist alles vorbei. Das Wasser kühlt ab, die Menge der Blasen nimmt ab und die Meeresoberfläche wird wieder ruhig. In diesem Jahr brach an dieser Stelle ein Unterwasservulkan aus. Zum Glück wurden keine ernsthaften Folgen ausgelöst. Im August 2021 wiederholte sich der Ausbruch. Aber dieses Mal gab es nicht nur sprudelndes Wasser. Die japanische Küstenwache meldete starke vulkanische Aktivität in der Region. Heißer Dampf und Gase traten aus dem Wasser aus und stiegen bis zu einer Höhe von 15 Kilometern in die Luft, was etwa der doppelten Höhe des Mount Everest entspricht. Ein riesiger Vulkan erwachte und begann sich langsam an die Oberfläche zu hegen. Wenn du einen Hubschrauberausflug über diesen Ort machen würdest, könntest du sehen, wie immer mehr Land aus dem Wasser auftaucht. Aber es ist nicht nur der Vulkan, der auftaucht, sondern eine ganze Insel in Form eines Hufeisens. Und das ist erst der Anfang. Seismologenteams haben festgestellt, dass diese Insel die Spitze eines riesigen Vulkans ist. Er füllt den Himmel mit Rauch und Asche. Die Luftkamperatur steigt an. Wissenschaftliche Teams beobachten dieses Ereignis weiter. Sie glauben, dass der Vulkan komplett ausbrechen könnte. Niemand weiß, welche Folgen das haben würde. Übrigens ist das nicht die erste Insel, die in den Gewässern Japans aufgetaucht ist. Unterwasservulkane sind im letzten Jahrhundert schon mehrmals ausgebrochen. Einer der überraschendsten Fälle ereignete sich im Jahr 2013. In diesem Jahr bildete sich ein kleines Stück Land neben der bereits bestehenden Insel. Der Unterwasservulkan, der aus dem Wasser auftauchte, begann langsam zu wachsen. Irgendwann verband er sich mit der Insel. Nach zwei Jahren vergrößerte sich die Fläche der Insel um das Zwölffache. Dort steigt ständig Rauch auf und die Oberfläche ist mit glühenden Lavaströmen bedeckt. Der Vulkan ist instabil, was bedeutet, dass er nicht zur Ruhe kommt. Solche Phänomene treten nicht nur vor der Küste Japans auf. In den 1960er Jahren erwachte an der Südküste von Island ein Vulkan. Drei Jahre lang schob er sich in die Oberfläche und so entstand 1967 eine neue Insel. Man nennt sie Sezi. Anders als bei den japanischen Inseln endeten hier die Vulkanausbrüche, aber die Insel gehört heute trotzdem zu den unzugänglichsten Orten auf der Erde. Nur wenige wissenschaftliche Teams haben die Erlaubnis, diesen Ort zu betreten. Forschende wollen herausfinden, wie das pflanzliche und tierische Leben auf dieser Insel ohne menschliches Zutun entstanden ist. Es ist ein einzigartiges Ereignis und das ist der Grund dafür. Unterwasservulkane unterscheiden sich in ihrem Verhalten von Landvulkanen. Sie explodieren nicht und setzen keine Lavaströme nach oben frei. Die große Menge Wasser über ihnen erzeugt einen hohen Druck. Sobald das Magma austritt, wird es vom Wasser auf den Meeresboden gedrückt. Unterwassereruptionen verursachen normalerweise keine Veränderungen an der Meeresoberfläche. So sinken Millionen Liter Lava auf den Grund, kühlen ab und verfestigen sich rund um den Vulkan. Diese Lava bildet eine dicke Schicht aus Erdgestein. Um eine Insel an der Oberfläche entstehen zu lassen, braucht ein Unterwasservulkan also eine Menge Magma. Bei der nächsten Eruption entsteht eine weitere dicke Schicht. Millionen von Jahren vergehen und passive Lavaströme bilden Berge. Ständige Eruptionen heben den Meeresboden an. Schicht für Schicht steigt die abgekühlte Lava höher und höher. Und dann, eines Tages, erscheint sie in Form einer Insel an der Oberfläche. Aber oft erreichen Unterwasservulkane die Oberfläche nicht, bevor sie für immer einschlafen. Solche Vulkane werden Seamounts genannt. Auch die tektonische Aktivität beeinflusst die Entstehung von Inseln. Der Vulkan hat eine Magma-Quelle, die sich aus dem Mantel der Erde speist. Die tektonische Platte, auf der sich der Vulkan befindet, bewegt sich und so kann die Platte den Vulkan auch von der Magma-Quelle wegführen. Wenn ein Vulkan also aufsteigt, kann er durch eine seitliche Bewegung der Platte wieder versiegen. Von außen sehen die vulkanischen Inseln wie eine Apokalypse aus. Lava spritzt in verschiedene Richtungen, Rauch und Asche füllen den Himmel. Aber in Wirklichkeit geht es bei Vulkanen nicht um Zerstörung, sondern um die Erschaffung von neuem Leben. Lava ist das, was du auf der Oberfläche siehst. Aber bevor sie aus dem Vulkan fließt, wird sie Magma genannt. Wenn sie an der Erdoberfläche auftaucht, verdampfen sofort verschiedene Gase und Säuren und Magma wird zu Lava. Aber unter der Erde ist es Magma. Es sind geschmolzene Metalle mit Spurenelementen von fast allen chemischen Substanzen, die in der Natur vorkommen. Sie bereichert das Land, in dem sie fließt. Auch die Asche ist mit verschiedenen Elementen gefüllt. Die Lava härtet aus, die Asche setzt sich ab und das schafft günstige Bedingungen für das Entstehen eines reichhaltigen Ökosystems. Aber es dauert Millionen von Jahren, bis es sich entwickelt. Erst entstehen die einfachsten Bakterien. Sie ernähren sich von den chemischen Elementen, die aus dem Vulkan stammen. Wenn du günstige Bedingungen für Bakterien hast, hast du auch günstige Bedingungen für größere Lebensformen. Vögel, die vorbeifliegen, helfen auch dabei, das neue Ökosystem zu entwickeln. Sie bauen Nester auf der Insel, haben Baumsamen und Pflanzensporen von den Kontinenten und anderen Inseln im Gefieder und all das bereichert das Leben auf dem Vulkan. Vulkane sind isolierte Orte, sodass nur dort einzigartige Tier-, Insekten- und Bakterienarten vorkommen, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. Wenn der Vulkan aber wieder erwacht, zerstört er das Ökosystem. Die gesamte Insel wird dann mit Asche bedeckt und verliert ihre gesamte Vegetation. Aber dann entsteht auf dem verbrannten Boden wieder neues Leben. Hunderte von Inseln auf der ganzen Welt sind durch Ausbrüche von Unterwasservulkanen entstanden wie Hawaii, Indonesien und Island. Stell dir vor, dass sich Menschen auf einer ähnlichen Vulkaninsel niederlassen und dort eine Stadt bauen und eines Tages wacht der Vulkan auf. Das ist einmal 320 Kilometer südlich von Tokio passiert. Auf der Insel Aogoshima bauten die Menschen eine wunderschöne Stadt direkt im Krater eines aktiven Vulkans. Im Mai 1785 begann dann die Katastrophe. Es war ein sonniger Tag und niemand hätte sich vorstellen können, welche Tragödie auf sie zukam. Irgendwann erhoben sich tausende von Vögeln in die Luft und flogen von der Insel weg. Dann begann der Boden zu bieten. Ein schweres, tiefes Brummen kam aus den Tiefen der Stadt und Rauchschwaden stiegen aus dem Krater des grünen Vulkans auf. Der Vulkan schleuderte Erde, Steine und Felstrümmer in den Himmel. Die Katastrophe zog sich über mehrere Wochen hin. Seitdem sind mehr als 200 Jahre vergangen und der Vulkan ist nie wieder erwacht. Nach der Katastrophe wurde die Stadt wieder aufgebaut. Heute ist dieser Ort so schön, dass die Menschen ihn trotz der Gefahr eines neuen Ausbruchs nicht verlassen wollen. Es ziehen sogar immer mehr Menschen auf die Insel. Es gibt viele Thermalquellen und die Gewässer rund um die Insel sind reich an Fischen. Aber der Vulkan könnte jeden Moment aufwachen. Doch deswegen wird er sorgfältig meteorologisch und seismologisch überwacht. Im Inneren eines Vulkans kann sich auch ein See bilden, in dem du aber nicht schwimmen solltest. In Indonesien auf der Insel Java gibt es einen Vulkan mit einem Krater im Inneren, der mit türkisfarbenem Wasser gefüllt ist. Das Magma im Inneren des Vulkans besteht aus geschmolzenen Metallen und chemischen Verbindungen und der See enthält diese Stoffe. Der Vulkan stößt Schwefeldioxidgase aus, die sich mit dem metallischen See verbinden. Dadurch erhält das Wasser seinen hohen Säuregehalt und seine türkisen Farbe. Der Dampf, der aus dem See steigt, ist sauer und wenn er sich mit der Luft verbindet, entzündet er sich. Das kann man nachts sehr gut beobachten. Die Schwefelansammlungen flammen auf und beleuchten die Umgebung. Wenn man an Norwegen denkt, kommen einem Dinge in den Sinn wie die Sonne, die im Sommer niemals untergeht. Atemberaubende Natur, die Tatsache, dass es eines der glücklichsten Länder der Welt ist. Sogar weiße Bären, die frei in der Wildnis umherstreifen. Ich vermute, sie sind auch glücklich. Planst du schon deine Reise in dieses Traumland? Nun, keine Eile. Du wirst dein Budget überprüfen müssen. Treibstoff ist dort 10 bis 15 Prozent teurer als in anderen westeuropäischen Ländern. Eine Mahlzeit in einem Café für eine Person kostet mindestens 30 Dollar. Und du kannst dich glücklich schätzen, wenn du ein Hotel für 100 Dollar pro Nacht findest. Wenn sie das teuerste Land der Welt googeln, sehen sie diese Liste. Die Schweiz, die memehaft teuer ist, die Vereinigten Staaten, klar, kennt man, Luxemburg ist auch keine Überraschung. Und dann, plötzlich, sieht man Norwegen. Nur damit sie es wissen. Eine vierköpfige Familie bräuchte über 4000 Euro im Monat, um in Norwegen nur zu existieren. Und das beinhaltet nicht einmal die Miete. Fachleute sagen, dass Norwegen etwa 7 Prozent teurer ist als die USA. Norwegen ist jedoch etwas seltsam. Normalerweise haben die reichsten Länder nationale Währungen, die stärker sind als der US-Dollar. Nehmen wir zum Beispiel Schweizer Franken oder den kuwaitischen Dinar, der buchstäblich der Boss ist, wenn es um Währungen geht. Ein Kuwaiti-Dinar bringt dir zum Beispiel 3,25 US-Dollar ein. Hier kommt nun die Diskrepanz. Die norwegische Krone wird als die schwächste Währung im Westen bezeichnet. Wie kommt das? In der wilden Welt der globalen Währungen war die norwegische Krone einst ein harter Spieler, bekannt für kluge Geldmanöver. Aber überraschenderweise ist sie jetzt die schwächste Währung im Westen und hat in den letzten zehn Jahren einen großen Schlag erlitten. Sie ist stark gegenüber dem US-Dollar und dem Euro gefallen, was Zentralbanken und Finanzexperten weltweit beunruhigt. Die Achterbahnfahrt der Ölpreise ist ein wichtiger Faktor für den Kampf der Krone, da Norwegen stark auf Ölexporte angewiesen ist. Aber selbst bei relativ hohen Ölpreisen bleibt sie historisch schwach gegenüber den wichtigsten Währungen. Die schwache norwegische Krone betrifft auch die alltäglichen Leute, da die Preise aufgrund schwerer Importe bei fast allem steigen. Die Inflation wächst, was zu Zinserhöhungen durch die Norges Bank führt. Hohe Zinsen belasten den Wohnungsmarkt und machen das Leben für die norwegischen Bürger teurer. Daher könnte einer der vermeintlichen Gründe, warum Norwegen so teuer ist, die schwache nationale Währung sein. Was ist sonst noch besonders an Norwegen? Das Klima ganz sicher. Es ist schwer vorstellbar, dass ein eiskaltes Land in Reichtum stürzt. Das ist ein Bild, das wir normalerweise in den sozialen Medien mit Geotags wie Dubai, Saudi-Arabien oder sogar Kuwait sehen. Und es ergibt Sinn zu denken, dass all der Reichtum irgendwo im Süden liegt, da diese Orte starke ölbasierte Volkswirtschaften und super starke Währungen haben. Aber in Wirklichkeit sind bessere Wirtschaften im Süden ein aktueller Trend. Haben Sie sich jemals gefragt, warum kalte Länder anscheinend das Geld scheffeln, während die heißen Nationen nur herumhängen? Es stellt sich heraus, dass diejenigen, die in kalten Klimazonen leben, sich abmühen mussten, um den Winter zu überleben. Denken Sie an den Bau von Unterkünften, das Anlegen von Lebensmittelvorräten und das Feuer am Brennen zu halten. Währenddessen hatten es diejenigen, die im Sonnenschein badeten, etwas leichter mit dem Jagen und Sammeln das ganze Jahr über. Diese Theorie gilt sogar im Land der Kängurus. Sydney und Melbourne, die Spitzenreiter im Reichtumsspiel Australiens, gehören auch zu den kältesten Städten, während Darwin, die wärmste Stadt, hinterherhinkt. Einige könnten argumentieren, dass diese Theorie nicht standhält, wenn wir uns antike Zivilisationen oder moderne Hotspots wie das tropische Singapur ansehen. Aber hey, die Zeiten ändern sich und das gilt auch für die Wohlstandsgeneration. Früher ging es hauptsächlich um Landwirtschaft, aber heute sind Industrie und Innovation wichtiger. Also könnte es scheinen, als ob Norwegen historisch und geografisch dazu bestimmt war, reich zu werden. Trotzdem war das nicht genauso. Norwegen hatte früher viele Schwierigkeiten. Damals hatten sie es schwer mit harten Wintern und einer schwierigen Geografie. Es gab sogar Hungersnöte, die Familien dazu zwangen, ein besseres Leben in den USA zu suchen. Wie hat Norwegen also den Sprung vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft? Ja, Öl und Gas haben eine große Rolle gespielt. Das Land ist klein, aber es besitzt etwa 0,31 Prozent der weltweiten Ölreserven. Doch in Norwegen gibt es mehr zu erzählen als nur über das schwarze Gold. Zum Beispiel befindet sich die größte Ölreserve nicht in einem arabischen Land, sondern in Venezuela, das bis zu 20 Prozent des flüssigen Goldes der Welt beansprucht. Trotzdem ist Venezuelas Wirtschaft alles andere als stabil. Es dreht sich also nicht alles nur um Öl. Obwohl Norwegen in der Waldgröße von anderen europäischen Nationen übertroffen wurde, war es während des Zeitalters der Segelschifffahrt eine unübertroffene Macht im Holzhandel. Dank seines strategischen Fjordwegs konnte Holz aus den Binnenwäldern schnell die fjordseitigen Mühlen und globalen Märkte erreichen. Als Eisenbahnen im 19. Jahrhundert das Waldpotenzial in anderen Ländern erschlossen, war Norwegen der Holzkönig Europas, unterstützt von einer erstklassigen Handelsflotte im 20. Jahrhundert. Der Holzreichtum Norwegens, verbunden mit frühen kooperativen gesellschaftlichen Normen, förderte das Wachstum in mehreren Sektoren, von der Landwirtschaft über die Fischerei bis hin zum Bankwesen. Obwohl Norwegen im 19. Jahrhundert als arm bezeichnet wurde, übertraf das BIP pro Kopf des Landes das der osteuropäischen und südeuropäischen Nationen. Der Aufstieg des Landes geht über die Entdeckung seiner Ölreserven hinaus. Norwegen ist einzigartig mit einer kleinen Bevölkerung, aber weitläufigem Land. Trotz seiner Weitläufigkeit sind die Nordländer verstreut und gelten als eines der geräumigsten Länder weltweit. Ein Großteil des Territoriums im Norden erstreckt sich jenseits des Polarkreises und bietet raues Gelände mit dünner Erdoberfläche, die das Grundgestein bedeckt. Das schwierige Terrain Norwegens, voller Berge und mit einer kurzen Vegetationsperiode, begrenzt das Ackerland auf nur 2,2 Prozent. Ähnlich wie im Jemen. Das verstreute Ackerland in kleinen Tälern macht extensiven Ackerbau unpraktisch, weit entfernt von der effizienten Landwirtschaft der USA. Mit einer riesigen Land- und Küstenfläche, aber einer geringen Bevölkerungszahl verdient Norwegen ordentlich Geld mit seinen Ressourcen. Außerdem war die Natur ziemlich gnädig zu Norwegen, mit reichen Fischgründen, Wasserkraft aus Flüssen und Energie aus den kalten Gewässern. Und dann gibt es da noch dieses kleine Ding namens Öl. In den späten 50er Jahren wurde eine große Entdeckung gemacht, die alles für Norwegens Wirtschaft veränderte. Heute sind die Erdölaktivitäten ein entscheidender Faktor für Norwegen und treiben das Wirtschaftswachstum voran und finanzieren den Wohlfahrtsstaat. Doch Norwegen hat sich nicht einfach zurückgelehnt und zugesehen, wie das Geld hereinströmte. Sie trafen kluge Entscheidungen, wie zum Beispiel die Schaffung eines Staatsfonds, um ihren Ölreichtum langfristig zu verwalten. Der Fonds sieht einige große Summen, derzeit bei 1,7 Billionen norwegischen Kronen, also über 160 Millionen US-Dollar. Norwegen nutzt die Zinsen aus diesem Fonds, um sein jährliches Budget zu stärken und erstklassige Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Sicherheit für seine Bürger zu gewährleisten. Und hier kommt's. Norwegen ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Sie investieren in nachhaltige Technologien wie Offshore-Windkraft, um eine glänzende Zukunft jenseits von Öl und Gas zu sichern. Norwegen mag teuer sein, aber es kann nicht mit dem teuersten Ort der Welt, Monaco, konkurrieren. Es ist fast viermal teurer als der globale Durchschnitt. Wenn Sie also mit den reichen und berühmten verkehren möchten, dann sind Sie in Monaco genau richtig. Mit Immobilienpreisen, die im Jahr 2022 auf durchschnittlich über 50.000 Dollar pro Quadratmeter gestiegen sind, ist es kein Wunder, warum dieses winzige Land ein Magnet für die Haut Evolée ist. Es gibt jedoch einen Ort, der für Touristen besonders teuer ist. Und ich spreche nicht von Touristenfallen. Weder Oslo noch Monaco können die Preise schlagen in... Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu raten. Bereit? Willkommen in Aschgabat, der Hauptstadt Turkmenistans. Ein Galone Milch kostet stolze 15 US-Dollar, während ein Standard-Internet-Tarif dich 186 US-Dollar im Monat kostet. Keine Panik, du bist nicht arm, es ist nur ein wirtschaftlicher Defekt. Der Grund für diese Preise ist einfach. Der Wechselkurs der turkmenischen Landeswährung in Relation zum Dollar ist festgelegt. Und ändert sich nie. Ein Dollar entspricht dreieinhalb Monat. Und das ist seit 2015 so. Lokale Preise in der Landeswährung steigen aufgrund der Inflation, was sie im Verhältnis zu Dollarpreisen unverhältnismäßig macht. Der Wechselkurs ändert sich nie. Wenn du dort lebst, scheinen solche Preise nicht außergewöhnlich zu sein. Aber wenn du mit Dollars kommst, steht dir eine teure Reise bevor. Möchten Sie, dass ein professioneller Stylist ihr Gepäck faltet, ein privater Koch nur für sie Mahlzeiten zubereitet und ein ganzes Flugzeug ihren Fernseher transportiert, der nicht in ihr Privatjet passte? Das ist im Grunde die alltägliche Reiserealität für die oberen 0,1 Prozent der US-Verdiener, die im Jahr 2022 rund 3 Millionen Dollar pro Jahr verdienten. Vergleichen Sie das mit dem regulären Gehalt eines arbeitenden Amerikaners von etwa 60.000 Dollar. Und dann gibt es noch das obere 1 Prozent, das im selben Jahr rund 800.000 Dollar verdiente. Wenn Sie reisen möchten wie die reichsten Menschen der Welt, vergessen Sie, zwei Wochen in einem Luxushotel mit goldhaltigem Shampoo zu entspannen. Der neueste Trend beim Luxustourismus heißt Surf & Turf. Reiche Gäste verbringen nach einem Aufenthalt im Luxushotel eine Woche auf einer schnittigen Yacht oder umgekehrt. Die Bootverkäufe sind in den letzten Jahren gestiegen und die Reichen lieben es, Segelboote für 25.000 Dollar pro Woche bis zu 90.000 Dollar zu chartern. Es ist eine großartige Möglichkeit, dem gewöhnlichen Volk zu entfliehen. Alles wird von ihren Reisebüros im Voraus geplant, sodass sie sich um nichts kümmern müssen. Die Ultrareichen entscheiden sich auch oft für private Inseln oder kaufen gleich ganze Hotels auf. Zum Beispiel kostet eine Villa auf einer privaten Insel vor der Küste von Cannes in Frankreich rund 290.000 Dollar pro Woche. Sie ist sehr gefragt. Ein angemessener Preis für das Fehlen von Nachbarn oder Verkehr. Und wenn Sie irgendwann den Trubel vermissen, können Sie jederzeit mit einem Schnellboot zu einem der luxuriösen Strandclubs fahren und die Nacht durchtanzen. Im Jahr 2023 wurde Griechenland zum beliebtesten Reiseziel für das reichste 1% der Reisenden. Die Insel Paros war der am häufigsten genannte neue Favorit. Das italienische Sizilien hat seinen Charme für sie verloren, weil es von den Fans von The White Lotus überlaufen ist. Und es geht nicht nur um das von Four Seasons betriebene San Domenico Palace, wo die Show stattfand, sondern um die gesamte Insel. Für winterlichen Spaß gibt es immer Aspen und Skistädte im europäischen Wunderland, wie die Schweiz und Frankreich. Sie haben exklusive Hotels, Michelin-Sterne-Restaurants, gehobene Geschäfte und Chalets, die reicher und luxuriöser aussehen als ein durchschnittliches Familienhaus. Wenn es keinen natürlichen Schnee gibt, löst das Kunstschneesystem dieses Problem. Einige der besten Hotels haben direkten Zugang zu Liften, die die Gäste zu den Hauptskipisten bringen. Für diejenigen, die keine Fans der europäischen Resorts sind, gibt es immer die Seychellen, wo man eine Villa für etwa 11.000 Dollar pro Nacht in einem privaten Inselresort mieten kann. George und Amal Clooney kommen gerne hierher. Wer das nicht cool oder exklusiv genug findet, fliegt mit einem Privatjet von Kapstadt in die Antarktis. Die Reise, die weniger als 24 Stunden, dauert, kostet 195.000 Dollar. Richard Branson bevorzugt es, seine Urlaube auf der privaten Insel Necker Island zu verbringen. Sie gehört zu den britischen Jungferninseln und bietet wunderschöne Tierwelt, die es zu erkunden gilt. Gäste mieten den gesamten Ort für 80.000 Dollar pro Nacht. Es gibt genug Platz für 34 Personen, aber nicht alle Milliardäre teilen gerne, wissen Sie? Menschen, die zu den reichsten der Welt gehören, nehmen gerne an Veranstaltungen teil, bei denen sie Gleichgesinnte treffen können. Veranstaltungen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos, bei dem ein einfaches Steak 150 Dollar kostet und ein Getränk 40. Dann gibt es noch Pferderennen, die Yachtshows in Miami oder Singapur, sowie die Dubai International Boat Show. Für Filmliebhaber oder diejenigen, die gerne ihre prachtvollen Kleider zur Schau stellen, könnten das Sundance Film Festival in Utah, das Cannes Film Festival in Frankreich oder das internationale Film Festival von Venedig in Italien gute Optionen sein. Sportbegeisterte Reisen zu Veranstaltungen wie dem US Open Golf Turnier und anderen Golf Cups, dem Wimbledon Tennis Turnier im Vereinigten Königreich, dem Melbourne Cup in Australien oder dem Monaco Grand Prix für diejenigen, die Geschwindigkeit und teure Autos lieben. Wer ohne Stil nicht leben kann und gerne Trendsetter ist, darf die Modewochen in New York, London, Mailand und Paris nicht verpassen. Für Musik und Liebhaber luxuriöser Gebäude gibt es immer Opernbälle, wie den in Wien, Österreich oder die Eröffnungsnacht der Mailänder Skala in Italien. Und dann gibt es natürlich besondere Anlässe wie Geburtstage. Als Kylie Jenner 22 wurde, mietete die Milliardärin eine Superjacht für über eine Million Dollar pro Woche. Eine durchschnittliche Person müsste jahrelang sparen, um dieses Schiff auch nur für einen Tag zu mieten. Alles klar. Sie müssen also einen Weg finden, um zu ihrem luxuriösen Punkt B zu gelangen. Richtig? Immer mehr Menschen entscheiden sich für Privatjets. Man kann zu jeder Zeit fliegen, selbst während es Einschränkungen für den kommerziellen Flugverkehr gibt. Und in jeden Ort. Und man muss nicht zwischen Hühnchen oder Pasta wählen, wenn die Flugbegleiterin endlich den Sitz 530D erreicht. Weltweit gibt es etwa 22.000 Geschäftsflugzeuge und die Zahl steigt kontinuierlich. Die meisten dieser Jets befinden sich in den USA und Brasilien nimmt den zweiten Platz ein. Deutschland ist der führende Markt in Europa und belegt weltweit nur den fünften Platz. Falls sie aus irgendeinem Grund nicht mit einem Privatjet zu ihrem Ziel reisen und sich entscheiden, die erste Klasse mit anderen Passagieren zu teilen, müssen sie zumindest ihr Gepäck verschicken, anstatt es mit ins Flugzeug zu nehmen. Das Gepäck der Reichen wird von ihrer Haustür abgeholt und erwartet sie auf der anderen Seite der Reise in der luxuriösen Suite oder auf der Yacht. Und wenn sie es an einem Tag erledigt haben wollen, müssen sie für einen Koffer mehrere hundert Dollar zahlen. Übrigens erwarten sie wirklich, dass sie ihre Koffer ganz alleine packen. Es ist viel einfacher, jemanden für tausende von Dollar zu engagieren, der sich um alles kümmert. Ein professioneller Stylist wählt alle Kleidungsstücke aus, die auf Fotos perfekt aussehen, rollt sie dann zusammen, steckt sie in Koffer und erstellt Listen darüber, was drin ist und was zu was passt. Natürlich sind die Kleider nicht in das Honorar des Stylisten eingerechnet, somit kommen noch einmal 1000 oder 10.000 Dollar zur Urlaubsgesamtsumme hinzu. Obwohl sich ultrareiche Reisende leisten können, während ihrer Reisen beliebige Autos zu mieten, mögen es nicht alle von ihnen in einem Fahrzeug zu sitzen, das jemand anderem gehört. Deshalb entscheiden sie sich dafür, ihre eigenen luxuriösen Autos zu ihrem Zielort zu verschiffen. Es kostet etwa 36.000 Dollar, einen Porsche von Dubai nach London mit Emirates zu fliegen. Das ist genug Geld, um in Großbritannien einen nagelneuen Familienwagen zu kaufen, aber die meisten Milliardäre mögen diese Art von Fahrzeug nicht. Einige wohlhabende Reisende vertrauen nicht auf kommerzielle Fluggesellschaften und ziehen es vor, ein Frachtflugzeug zu chartern, um ihre Fahrzeuge zu transportieren. Manchmal nehmen sie eine ganze Menge Autos, Motorräder und andere teure Spielzeuge. Bedeckte Lastwagen im Zielort transportieren diese Pracht an die Adresse des Kunden oder in eine Garage seiner Wahl. Besitzer mögen es nicht, wenn fremde Lieferfahrer Kilometer zu ihren glänzenden Fahrzeugen hinzufügen. Dieser ganze Lieferservice kostet mehrere Millionen. Einige Autos haben nur einen sentimentalen Wert für ihre Besitzer und sind weit weniger wert als ihre luxuriöse Lieferung. Ein wirklich wohlhabender Mann mietete sogar ein Frachtflugzeug für seinen Samsung-Fernseher, der nicht durch die Tür seines Jets passte. Ach, die Probleme der Reichen. Sie können es sich leisten, in jedem Restaurant der Welt zu essen, aber das wäre ihnen zu gewöhnlich. Daher ziehen sie es vor, ihre privaten Köche mit in den Urlaub zu nehmen. Diese professionellen Köche kennen die Diäten und Gesundheitsziele ihrer Kunden. Für Luxusreisende sind Beständigkeit und Routine zu wichtig, als dass sie diese gegen öffentliche Restaurants eintauschen würden. Für die Köche ist es oft eine Gelegenheit, kostenlos zu reisen und gleichzeitig ein gutes Gehalt zu bekommen. Manchmal fliegen die Kunden sogar die Familie des Kochs mit, wenn die Reisen während der Feiertage stattfinden. Dieser Job stellt hohe Anforderungen und kann sehr stressig sein mit variierenden Arbeitszeiten. Manchmal müssen sie spontan Abendessen für 16 Personen zubereiten oder seltene Zutaten an Orten mit einfachen Lebensmittelgeschäften finden. Und natürlich muss alles, was sie während der Mahlzeiten aufschnappen, streng geheim bleiben. In der Mongolei lebten einst Dinosaurier und heute gibt es dort genauso viele Pferde wie Menschen und zehnmal so viele Schafe. Es ist das leerste Land der Welt. Die Hauptstadt wurde 28 Mal verlegt und sie haben sogar ihre eigenen Olympischen Spiele. Mongolia liegt hier, auf dem Hochplateau Zentralasiens, direkt nördlich von China. Es ist das 19. Land der Welt nach Fläche, hat aber nur etwas mehr als drei Millionen Einwohner. Das ist wie die Bevölkerung von Los Angeles, die ein ganzes Land für sich allein hat. Wenn wir Grönland nicht mitzählen, hat die Mongolei die niedrigste Bevölkerungsdichte. Es leben nur zwei Personen pro 1,3 Quadratkilometer. In den Vereinigten Staaten sind es 37. Nun, das zählt nur für Menschen. Die Mongolei hat viele Nutztiere, etwa 67 Millionen. Das ist 20 Mal mehr als die Anzahl der Menschen dort. Die Hälfte dieser Nutztiere sind Schafe. Dennoch ist das Pferd das angesehenste Tier unter allen ihren Tieren. Es gibt ein traditionelles Sprichwort. Ein Mongole ohne Pferd ist wie ein Vogel ohne Flügel. Und das erklärt sehr viel. Eine Person mit vielen Pferden gilt als wohlhabend. Aber stellen sie sich keine riesigen Farmen mit großen Ställen voller Pferde vor. In der Mongolei sind Ställe eher die Ausnahme. Dort streifen die Pferde das ganze Jahr über frei herum. Es kostet fast nichts, ein Pferd dort zu halten, da sie draußen herumlaufen und sogar selbst Nahrung finden. Und die Natur des Landes bietet ihnen genug. Der Winter ist hart, weil alles mit Schnee bedeckt ist. Aber Pferde können Gras von Schnee trennen. Sie werden im Frühjahr durch Nahrungsmangel geschwächt, erholen sich jedoch sehr bald nach Ende des Winters. Eine Familie kann ein heiliges Pferd in ihrer Herde haben. Es trägt einen blauen Schal um den Hals und wird fast nie geritten. Die Menschen dort lieben ihre Pferde sehr. Und diese zärtliche Beziehung geht Jahrhunderte zurück. Es gibt viele Lieder, Geschichten, Mythen und Kunstwerke, die Pferde darstellen. In der mongolischen Sprache gibt es etwa 500 Wörter, um die Eigenschaften von Pferden zu beschreiben und über 200 Wörter allein für die Beschreibung der Fellfarbe und des Musters. Pferden wird auch eine spirituelle Bedeutung zugeschrieben. Es wird geglaubt, dass sie Geister besitzen, die dem Besitzer helfen können und sie gelten auch als Transportmittel in den Himmel, weshalb sie oft nach dem Tod ihres Besitzers geopfert wurden. Neben Haustieren beherbergt das Land auch einige gefährdete Arten. Außerdem streiften einst Dinosaurier durch diese Gegend. Das allererste entdeckte Dinosaurierei wurde genau dort gefunden. Heute sind die Dinosaurier natürlich ausgestorben. Aber in der Mongolei gibt es Schneeleoparden. Und die sind ebenfalls selten. Wenn sie jemals in dieses Land reisen, müssen sie vorsichtig sein. Schneeleoparden sind so leise, dass sie sie nicht herankommen hören. Sie machen beim Gehen überhaupt kein Geräusch. Aber kommen wir zurück zur Geografie. Das Klima in der Mongolei kann hart und unberechenbar sein. An nur einem Tag kann sich die Temperatur um 1,6 Grad Celsius ändern. Das Land hat keinen Zugang zu großen Gewässern. Deshalb ist es sehr trocken und es gibt wenig Regen. Im Süden der Mongolei liegt ein Teil einer der kältesten Wüsten der Erde. Der Gobi-Wüste. Nur 5 Prozent der Wüste sind mit Sand bedeckt. Der Rest besteht aus kahlem Fels. Sie verfügt über Flüsse, kleine Seen und Graslandschaften, aber auch über Gold, Kohle und Kupfer. Es ist also keine typische Wüste, aber dennoch eine Wüste. Regenwolken erreichen diese Region nicht, da das Himalaya-Gebirge dafür sorgt, dass das Gebiet im Schatten liegt. Die Wüste dehnt sich jedes Jahr aus. Natürlich aufgrund des Klimawandels, aber auch wegen der Entwaldung und Veränderungen in der Landnutzung. Das gesamte Land ist ziemlich trocken mit wenig Niederschlag und deshalb haben die Einwohner keine Angst vor der Wüste. Ja, die Wüste ist bewohnt. Dort leben Menschen. Es sind Nomaden, die sich mit der Viehzucht beschäftigen. Nomaden sind Menschen, die kein festes Zuhause haben. Sie ziehen mit ihren Tieren von Ort zu Ort, den Jahreszeiten folgend. Wenn sie sich vor ihrer nächsten Reise irgendwo niederlassen, errichten sie ein Zelt, das als Jurte bezeichnet wird. Diese sind seit tausenden von Jahren in der Mongolei als Wohnstätten genutzt worden. Und es ist erstaunlich, dass einige Menschen immer noch darin leben. Das Gerüst einer Jurte besteht aus Stangen, die dann mit Schichten aus Filz und wasserdichtem Stoff bedeckt werden. Die Mongolen sind insgesamt eine sehr gastfreundliche Nation. Doch die Nomaden sind noch einmal eine ganz andere Kategorie. Sie bekommen nicht oft Besuch und sind immer bereit, jemanden zu begrüßen und ihm einen Schluck traditioneller Pferdemilch anzubieten. Sie haben nicht einmal Glocken am Eingang ihrer Jurten, was Gäste dazu einlädt, einfach hereinzukommen. Natürlich gibt es auch Menschen, die in Städten und Dörfern wohnen und feste Wohnsitze haben. Und sie stellen die Mehrheit dar, etwa drei Viertel der Bevölkerung. Die größte Stadt des Landes ist die Hauptstadt, Ulan Bator. Fast die Hälfte der Landesbevölkerung konzentriert sich dort, in nur einer Stadt, obwohl es die kälteste Hauptstadt der Welt ist. Die durchschnittliche Jahrestemperatur dort beträgt 0 Grad Celsius. Die durchschnittliche Temperatur in Washington DC liegt bei 16 Grad und in Ottawa sind es 44 Grad. Als die Stadt im 17. Jahrhundert gegründet wurde, befand sie sich etwa 290 Kilometer südwestlich des heutigen Ortes. Danach wurde sie 28 Mal leicht verschoben, bis sie schließlich ihren heutigen Standort erreichte. Warum? Nun, damals waren die meisten Einwohner Nomaden, sodass auch die Hauptstadt eine mobile Siedlung war. Abhängig von den Jahreszeiten, Weideflächen, Wasserquellen und vielen anderen Faktoren, zog sie mit ihren Bewohnern umher. Jetzt ist die Stadt groß und fest etabliert, also vielleicht wird sie nicht wieder verlegt. Aber wer weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich habe Ihnen noch nicht von den mongolischen olympischen Spielen erzählt. Die Veranstaltung wird Nadam Festival genannt. Es ist ein jährliches Festival, das in der Mitte des Sommers stattfindet und das die meisten Mongolen verfolgen. In der einen oder anderen Form existiert das Festival seit Jahrhunderten. Lokal wird das Festival als die drei Spiele der Männer bezeichnet. Und die Teilnehmer messen sich in drei Fähigkeiten, die traditionell als drei männliche Fähigkeiten gelten. Welche drei Spiele sind das? Es sind mongolisches Ringen, Pferderennen und Bogenschießen. Ursprünglich traten nur Männer an. Aber in jüngerer Zeit haben Frauen begonnen, sich am Bogenschießen und den Pferderennen zu beteiligen. Mongolisches Ringen ist ein traditioneller Ringkampfstil, der seit tausenden von Jahren existiert. Darstellungen davon finden sich auf vielen antiken Tafeln in der Region. Heute ist es der beliebteste Sport im Land und die Mongolei richtet auch viele internationale Turniere aus. Daher gibt es natürlich auch einen Ringkampfteil beim Festival und es ist das erste Spiel. Die Regeln sind ziemlich einfach. Wer den Boden mit etwas anderem als einem Fuß berührt, verliert. Es gibt keine Gewichtsklassen, keine Alters- oder Zeitbeschränkungen. Es dauert so lange, wie es notwendig ist, um zu gewinnen. Und dennoch tun sie es mit Anmut. Die Höflichkeit im Wettkampf ist wichtig. Zum Beispiel, wenn sich die Kleidung des Gegners verfängt, soll der andere innehalten und helfen, das Problem zu lösen, selbst wenn das bedeutet, eine gute Gelegenheit zum Gewinnen zu verpassen. Am Ende des Spiels, wenn ein Teilnehmer besiegt ist, wird der Gewinner ihm die Hand reichen und ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Das Spiel beginnt mit entweder 512 oder 1024 Teilnehmern, die paarweise ringen. Jeder Verlierer wird eliminiert. Das Spiel dauert neun oder zehn Runden, abhängig von der anfänglichen Anzahl der Teilnehmer, bis ein Gewinner feststeht. Dann gibt es Pferderennen. Dies ist ein Geländeritt über lange Distanzen, zwischen 16 und 27 Kilometern, abhängig vom Alter des Pferdes. Bis zu 1000 Pferde aus ganz Mongolei können an dem Wettbewerb teilnehmen. Im Bogenschießen treten Menschen in Teams aus zehn Personen an. Jeder Bogenschütze trägt traditionelle Kleidung und hat vier Pfeile zur Verfügung, um auf eine Wand aus gewebten oder hölzernen Zylindern zu schießen. Wer einen Zylinder aus der Wand schießt, erhält Punkte. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Ich denke, das war eine Wand aus der Wand. Ich gebe dir bei den Sch miste, dass die Eine Wettbewerbungen auf einwand. Vielleicht ist es auch eine Wand aus der Wand schießt, aber ich bin es gerät. Ich bin es Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.